Alter, was geht ab? Ich bin Gamer, der spielt auch Veteran, gegen so eine Leute zocken wird, Digga. Ich glaube, ich kann uns am Tisch durchrutschen, warte mal, ich bin da mal weg.de. Das ist ein ganz unwürdiger Moment für dich, Kevin. Holy shit, ich hab's fast. Zieh mich mal raus, zieh ihn raus, langsam. Kannst du mich so durch die Wohnung hier schieben? Wollen wir eine Runde fahren? Okay, pass auf, pass auf, wir machen folgendes, okay? Fahr mich mal aus dem Bild, nach da, und dann fährst du mit Vollspeed nach da. Bist du bescheuert? Okay, go, go, go. Woah, hier ist eine Scheibe! Bro, holy shit. Das war knapp, Bro. Das war eine knappe Geschichte, Digga, holy shit. Alter. Jungen, nee. Gut Job, Digga.